Ich bin nämlich beim ersten Bier extrem kritisch, ich kann von mir aus und trinke ich zwei Tannenzäpfchen, kann danach auch Oettinger trinken. Aber wenn ich mit Oettinger anfange, dann muss ich direkt umsteigen auf die Sikola und das trinke ich ja nicht. Kennt ihr das, wenn ihr abends weggehen wollt, ihr kauft euch zwei Bierpferks vom Guten und danach fünf Oettinger, weil beim dritten Bier schmeckst du es eh nicht mehr. Dann trinkst du zwei Tannenzäpfchen und danach kannst du Oettinger rein. Untertitelung des ZDF, 2020